Was genau ist das Rezept für den perfekten Shop-Start? Zunächst mal ist vieles anders als bei eBay oder Amazon. Denn diese und auch andere Portale sind so eine Art Makler. Und in der Regel ist es so, je höher der Wert des verkauften Gegenstandes, umso eher kann sich ein Makler lohnen. Allerdings können die Kosten dafür, dass eBay oder Amazon Kunden zu Ihnen bringt, manchmal erdrückend sein. Vom Bewertungssystem mal ganz zu schweigen. Bei eBay wird man in ein Korsett reingedrängt. Und wenn man nicht genau so arbeitet, wie eBay sich das vorstellt, dann ist man ganz schnell raus. Und dann kann man auf eBay nicht mehr verkaufen. Ich habe immer so leichte Bauchschmerzen bei eBay. Weil man weiß nie, wie die Kunden ticken. Und wenn da einem Kunden was nicht gefällt, ist er auch ganz schnell dabei, mal eine negative Bewertung abzugeben. Und mittlerweile werden die bei eBay ja auch noch ganz anders gewertet, als noch vor fünf oder zehn Jahren. Wenn Sie keine Einfamilienhäuser oder Luxuskarossen verkaufen wollen, lässt sich viel mehr Marge oder Gewinn erzielen, wenn man auf Makler verzichtet. Das Heft also selbst in die Hand nimmt. Wie das mit einem eigenen Online-Shop genau geht, erfahren Sie in diesem Kurs. Vereinfacht gesagt, hat das Rezept in einigen Punkten Ähnlichkeit mit dem sogenannten Internet-Marketing. Aber Vorsicht! In letzter Zeit bringen immer mehr dubiose Anbieter den Begriff in Verruf. Denn diese bieten keinerlei Produkte, keine Waren, ja nicht einmal Informationen, die nicht irgendwo im Netz mit wenigen Sekunden Recherche zu finden wären. In der Regel wird von solchen Leuten und sogenannten Internet-Marketing lediglich in Aussicht gestellt, auf irgendeine intransparente Art und Weise in meist extrem kurzer Zeit wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Das funktioniert im Internet genauso wenig wie im Alltag. Bei vernünftigem Internet-Marketing geht es darum, Interessenten zu gewinnen und darauf vorzubereiten, Kunden zu werden, lange bevor diese ihre Produkte überhaupt kennen. Es gibt aber auch einige gravierende Unterschiede, wenn man echte Waren verkauft, weshalb kleine und mittelständische Unternehmen dann auch oft eher von Online-Marketing statt von Internet-Marketing reden. Vereinfacht gesagt, ist Internet-Marketing eher für Einzelkämpfer, von der Hausfrau bis zum gestandenen Berater. Online-Marketing dagegen ist eher was für Unternehmen, die über personelle Ressourcen verfügen und Aufgaben delegieren können. Und sei es auch nur als kleiner Online-Händler, dafür bezahlte externe Kräfte heranzuziehen. Wie das viele Online-Händler ja bereits erfolgreich machen.